Musik Lieber Landtagspräsident Albert Fleck, Exzellenz Dr. Sau, Generalkonsult der Volksrepublik China in Zürich und für das Fürstentum in Liechtenstein. Lieber Christoph Kübler, Mitglied des Stiftungsraters des Liechtensteinischen Landesmuseums. Lieber Hermine Hauch, Präsidentin der Freunde des Liechtensteinischen Landesmuseums. Liebe Frieder Hoang, CEO und Gründer von Phoenix TV Culture, Link Development. Lieber Herr Bingshoorn-Lenglong, der Künstler. Lieber Stefan Erni, Bereichsleiter der Liechtensteinischen Philatelie. Lieber André Winitschenko, Pianist und Meisterkursleiter der Musikteektur Academy Switzerland in Altmaustadt bei Nuzern. Liebe Sinti Ali, Repräsentantin des Liechtensteinischen Landesmuseums ins Kina. Werte Gäste, es ist mir eine große Freude und Ehre, Sie heute zu der Ausstellung Gedanken, Kunstwerke von Bingshoorn-Lenglong begrüßen zu dürfen. Heartless-Lengrennen Werte Gästeen Werte Gästeen Vielen Dank.